hallo und herzlich willkommen bei meinem kanal verfischt noch mal ich wollte mich auch mal wieder bei euch melden und da ich ja noch versprochen hatte im ersten teil der angelberger reihe da ich diese raubfisch box er präsentiert hatte war ja noch was in meinem karton was ich noch bei angelberger bestellt hatte und das würde ich euch gern noch zeigen und zwar ist das hier eine ja wie soll ich sagen boi box also boi set mit pop ups und tipp und das set gibt es für 15 euro zu kaufen und das dachte ich mir da hole ich mir doch mal das magic mindset und zwar mit jeweils einem kilo hier von boilies und dann haben wir noch mal ein kilo boilies magic mais und 20 mm schöne futter mais dazu gab es noch den sweet corn mix passend sieht sehr schön aus und der riecht auch man riecht jetzt schon dass der richtig süßlich ja richtig süßlich schmeckt riecht sind 100 ml man hier dabei dann gab es noch die 18 magic mais pop ups ja riechen auch schön dachte mir die bewege mal aus pop ups fürs haar die boilies vielleicht zum anfüttern ja da ist da ich oft mit mais geangelt habe und eigentlich mit mais recht gute erfahrungen gemacht habe muss ich sagen warum nicht mal mit mais boilies wäre doch mal eine idee dazu gab es noch den kleinen eimer hier kann man auch gut benutzen zum futter anmischen eventuell beim feedern oder so genau alles drum und dran wie gesagt 15 euro und für den preis kann man das auf alle fälle mal testen also die qualität scheint recht gut zu sein was ich jetzt so gesehen habe ja dann würde ich mich freuen wenn ihr meinen kanal abonniert eventuell paar likes da lässt und wir hören uns dann beim nächsten mal na dann machts gut und einen schönen tag dann geht's gut